Für 299.900 Dollar, umgerechnet also rund 268.800 Euro, steht in Scottsdale, Arizona einer der weltweit heißesten Porsche zum Verkauf. Der 996 GT2 RSR feuert 1000 PS durch seine Sechszylinder und kommt mit einer optischen Überarbeitung, die ihresgleichen sucht. Laut McLaren Scottsdale stecken rund 700.000 Dollar Umbaukosten in dem Elfer. Ein Großteil der Kosten entstand angeblich beim Aufpumpen des 3,6 Liter Boxers. Mit 1000 PS presst der GT2 RSR mehr als doppelt so viel Power wie ein normaler GT2 mit 462 PS auf die Hinterachse. Abflug nahezu unmöglich. Der monströse Spoiler sorgt für mächtig Abtrieb. Dazu kommt ein extra für den GT2 angefertigtes, sequenzielles Getriebe, die Bremsanlage vom echten RSR, Felgen mit Zentralverschluss von Forgelein und viele weitere Umbauten. Im Innenraum gibt es allerhand Carbon und ein auf Wesentliche reduziertes Cockpit. Schlüssel links gilt auch in diesem Porsche, doch die 1000 PS werden von einem Startknopf in der Mittelkonsole belegt. Damit der Komfort nicht ganz auf der Strecke bleibt, gibt es in dem höllischen GT2-Umbau noch ein CD-Radio. Was der Wagen auf dem Tacho hat, ist nicht bekannt.